Ganz ehrlich, ich hab schon ein bisschen Angst, ne? Weil ich einfach nicht weiß, was mich erwartet hinter diesem Hügel. Oh. Achso, das ist der Flieger, okay. So. Oh, da hinten hat's richtig viel. Okay. Was war das? Was war das? Na gut. Dann geht's weiter. Ja, Heimatland. Wow, zieh euch das rein. Kann ich hier runter? Okay, ich glaube, ich kann hier runter. Das ist ja mega krass hier. Genau, auf Plutonio schießen macht immer Sinn. So, ich hab mal hier die Wächter im Auge. Wenn jetzt hier was passiert, dann... ...habe ich nämlich richtig ein Problem. Hallo, Eisen. Denn hier habe ich nicht den Schutz meines Schiffes. Oh, das ist ein ordentlicher Plutonium-Kern hier. Wenn ich hier mal wüsste, von wo diese komischen Viecher kommen, ne? Ach, keine Frage, ich habe mich gerade gefragt, was die hier gerade von mir will. Okay, also das Schöne ist, ich kann das alles hier jetzt direkt... ...Photonium, Photonium... ...Photonium... ...ich kann das immer schön rüberschießen. Das heißt, ich darf mich auch nicht zu weit vom Flugzeug entfernen, das ist doof. Okay. Ich gucke mal, dass ich wieder schleunigst zurückkomme. Da geht's lang. Wir sind bei 50 Prozent, das ist alles noch gut. So, den Kohlenstoff kann ich noch mitnehmen, so nebenbei, ne? Wenn ich eh hier rumrenne. Hm? So, ganz alleine ist das schon irgendwie merkwürdig. So, ist hier irgendwas? Sieht alles recht safe aus. Also, wir sollten uns auf jeden Fall erstmal noch nicht zu weit vom Flugzeug entfernen. Guck mal, da liegt ja noch was hier. Aber hier praktisch... Noch eine... Oh, da geht's gar nicht hin. Okay. Also. Was nun? Gucken wir doch mal hier rein. Mhm. Haben wir hier schon was vollständig. Wir haben genug Zing. Das ist gut. Kann ich das hier schon mal aufladen? Ja, ne? Der ist schon mal aufgeladen, das ist gut. Also, wir brauchen noch jede Menge Hieridium. Und wir gucken mal, habe ich genug Eisen für die Platten? Ich guck mal. Eine kann ich auf jeden Fall mal machen. Produkt hergestellt. Schön. So, dann haben wir die zwei Platten. Die haben wir auch jetzt für noch. Dieses Hieridium. Gut, die Werkzeuge. Mhm. Was haben wir hier? Lebenserhaltungssystem. Ach, guck mal, die kann ich... Ah, das ist ja cool. Plutonium behalte ich mal. Technologie aufgeladen. Die kann ich mit Plutonium auf... Aha. Das verändert die Sache natürlich gewaltig. So, wir haben da unten dieses blaue Symbol. Nur wie komme ich da hin? Hä? Hier ist auch noch was Blaues. Ich latsche mal in die Richtung. Die Zeit bleibt stehen. Ist das... Ah. Ach, ich habe es. Okay. Jetzt verstehe ich. Das zeigt dir an, wie lange das dauert, bis du da bist. Wenn ich jetzt so laufen würde. Das ist ja mal viel. Diese komischen Geräusche, die hier so neben Bypass hin, die machen mich wahnsinnig. Die sind mega weird. Vorsichtig landen, ne? Neh mal ein bisschen Plutonium mit. Denn wir brauchen das A für unsere Waffe. B für unser Lebenserhaltungssystem. Okay, so kann ich rennen. Ach, guck mal, hier, da habe ich so eine... Ist das die Pflanze? Wir sind ausgesetzt. Das war ein wilder Planeten. Grünstoff. Da ist ein Schatz da unten. Irgendwo hier? Iridium vorkommt. Zwei Minuten. Sollen wir hier? Iridium vorkommen. Irgendwie... Ich weiß nicht. Scheiße. Gut, oder? Was haben wir denn hier? Aluminium neutral. Das ist interessant. Okay, nehme ich mit. Kann man gebrauchen. Sicher. Schon voll? Okay. Gut. Habe ich im Schiff unendlich Platz? Was habe ich denn das? Wäre für das Computerteil. Sehr viel beim Handeln. Okay. Ausrangieren, okay. Bewegen und stapeln. Kann ich nicht, okay. Gut. Dann schmeißen wir das mal hier hin. Nehme ich das hier noch mit. Plutonium easy. Ich will immer nachladen, aber ich brauche ja gar nicht. So, ich möchte jetzt hier mal da dieses komische Ding da finden. Hier, da brauche ich zwei Minuten 50. Hallo. Und hier hin? Hä? Da steht es gar nicht. Jetzt vielleicht? Das müsste genau hier sein. Okay, hier ist er. Perfekt. Gut. Unheil. So, ich muss auf. Ganz kurz an der Nase kratzen. Dankeschön. Hey, Kollege. Mach die vom Acker. Ich muss hier an dem Planeten rumschrauben. Ich habe keinen Bock, dass du mir hier Stress machst. Deswegen. Kann ich mir das mal ganz kurz schauen. Ist irgendwo. Wie sieht es mit dem Lebenserhaltungssystem aus? Alles noch frisch? Ah, sieht voll aus. Jetpack ist gut. Ah, das sieht auch gut aus. Gefahrenschutz. Kann ich das irgendwie verbessern? Oh, hier ist auch nicht mehr viel Platz, ne? Bewegen und stoppen. Kann ich das da draufschmeißen? Ah, verdammt. Okay, also jetzt brauche ich für den guten Ding noch Heridium und dann ist gut. Wo ist denn der jetzt hin? Ich seh den nicht. Da. Aber da sind die auch noch zu zweit hier. 30? Hier ist nichts. Baut der das wieder auf? Ich weiß nicht. Buh. Der gute Mann hat mir gerade ein bisschen Sorgen gemacht. Okay, da müssen wir hin. Da ist noch was. Ist das hier in der Nähe? 2 Minuten 39. Das war verdammt weit. Wow. Verdammt weit weg. Okay, immerhin haben wir ein bisschen Plutonium. Also wir können die Lebenshaltungssysteme aufrechter halten. Hm. Hier ist nicht mehr allzu viel, ne? Das sehe ich gerade. Was ist denn hier? Kohlenstoff. Kann ich damit auch meinen Lebenshaltungsanzug füllen? Ja, kann ich gut. Das heißt, mit dem Kohlenstoff, der hier überall rumfliegt, kann ich das mal anders gut. Das wollte ich jetzt gerade mal kurz anschauen. Weil dann haben wir hier jedenfalls überall... Jo, das sieht schon nicht ungeil aus. Hier ist wieder was. Das ist gut. Ups. Was ist das hier? Ach ja. Cool. Platin. Okay. Und das hier ist ein Schatz. Kann ich da schnell hin? Über das Eisen geh weg. Also ganz ehrlich, ich würde hier schon lieber ein bisschen rumfliegen, als hier nur rumrennen. Hör, was ist das? Was ist denn das für ein komisches Zeichen da vorne? Lebenserhaltungssystem Energie niedrig. Die Frau hat echt eine verdammt schlechte Aussprache. Zink. Nehme ich mit? Kann man sicher gebrauchen. Immer schön pingen, dass wir uns nicht verlaufen. Was haben wir denn hier? Kohlenstoff. Hier kommen Geräusche zustande, von denen ich, äh, ne? Wenn ich so ein kleines bisschen Bammel habe. Das da oben ist das. Aber was ist das? Wird auch irgendwas? Aha. Da. Gut. Geh nicht mit. Ich, 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 versuche mich mal hier gerade ein bisschen zurückzuhalten mit dem Luten. Denn ich weiß einfach nicht, was hier passieren kann unter Umständen. Wir haben es ja schon gesehen. Wir wurden angegriffen. Aber ich will nicht wissen, was passiert, wenn wir nochmal angegriffen werden. Hier in freier Wildbahn. Ohnenschutz. Das da oben sieht interessant. Was kann ich hier hoch? Jawohl. Ich bin ein professioneller Bergsteiger. Was ist denn das? Ein Wissensstein. Okay. Interagiere ich noch. Du hast das Korvax-Wort für selten erlernt. Okay, was jetzt? Frage mich nur, was Korvax ist. Aber gut. Wir werden das bestimmt noch rausfinden. Okay. Da unten ist was, aber wo genau? Ist das zum Abkommen da vorne? Okay. Immer schön mit dem Boost. Eisen. Ist da irgendwas drin? Oh. Okay. Ich riskiere es mal. Oh. Nee. Das soll ich eh nachkommen. Huch. Okay. Ich gehe mal, glaube ich, wieder woanders hin. Zum Beispiel irgendwo hin, wo es... ...den Schatz hat. Zum Beispiel. Aluminium. Gar kein Problem. Hab ich. Aber ich bin immer noch auf der Suche. Hm. Heridium. Wie kriege ich dieses Heridium? Was ist das hier? Überbrückungschip. Gerät zum Hacken. Nö, will ich nicht. Wie kriege ich denn dieses blöde Heridium? Null von 200. Ja, aber wo kriege ich das her? Stand das irgendwo? Also bestimmt dieses blauen Dinger da, oder? War nicht da falsch. Was haben wir denn hier? Ankunft in 3700. Das ist ja gerade ein Sektor. Dann gucke ich... Dann gehe ich doch da mal dahin. Mal gucken. Vielleicht finde ich ja da dieses Heridium. Ist das so ein Aufsichtspunkt? Eisenoxid. Mal kurz hier scannen. Sehe ich irgendwas? Unendet. Das ist ja schön. Ich verstehe immer noch nicht, wie ich dieses Heridium kriege, aber ich habe irgendwas entdeckt. Oh, was ist denn das? Ist das ein Schnellreisepunkt? Das ist ja praktisch. Ich speichere mal. Kokain Grassland. Kokain Grassland. Am 11. Nacht. Ein Deck formiert. Äh, formiert. Das ist ja cool. Okay. Da oben ist ein schwarzes... ...rotes Kreuz. Bei dem Heridium hat es mich keinen Schritt näher gebracht. Platin kriege ich, wenn ich das Ding so stelle. Das ist ja krass. Das ist ja doof. Krass, krass. Verstehe einfach nicht. Ich glaube, ich muss da unten hin. Ist das dieses Heridium? Da unten. Das, das, da muss ich hin. Okay. Wie komm, wie komm ich jetzt da hin? Wenn wir nach unten wollen, grundsätzlich erstmal nach oben gehen. Gucken wir mal hier diesen Punkt, dieses komisch rote Kreuz an. Flora. Das ist ja cool. So. Hier muss ich irgendwie hin. Darf nur nicht runterfallen. Ja. Wie war das nochmal mit dem runterfallen? Ist das dieser große Berg da vorne? Wo ist denn ein Schiff? Hier, da unten ist ein Dorf. Ist das ein Dorf? Sieht ein bisschen so aus. Wenn ich hier bin, 46 Sekunden. Da unten, dann kann ich hier rumgehen. Wir haben ein bisschen Angst, hier runter zu gehen, aber... Dürfte klappen, wenn ich hier runtergehe. Von dort dann da rüber. Irgendwie nochmal ein Schiff finden, das ist dann... Hier. Easy. Oh, ich... Ich glaube, ich nehme lieber den sicheren Weg. Wir müssen es ja nicht riskieren. Wir haben ja die Zeit. Oh, ich dachte gerade, was ist das? Irgendwann haben wir so einen komischen Außenpost. Außenpost. Wo ist das? Ist das auch hier? Irgendwann? Was ist das da? Was ist das? Ich habe mich angezeigt. Schweinerei! Mensch Mädel, wir sind bei 50 Prozent, also nichts. So, da ist wieder so ein komisches... Schatzdingens. Gucken wir uns das noch gerade mal an. Kohlenstoff. Kohlenstoff. Wo sind es denn Schatzdingens? Der Schatz, war doch hier. Ach hier, Flora. Okay.